Hans Siegel gibt auf Instagram gerne anhand von interessanten Videos und Bildern Einblicke in seinen Alltag. Dass man jedoch immer genau hinsehen sollte, was auf den Fotos zu sehen ist, die man mit der Öffentlichkeit teilt, lernte der Bergdoktor-Darsteller nun auf eine unsanfte Weise. Er teilte ein Foto seiner Autogrammpost, wobei ihm ein folgenschwerer Fehler unterlief, wie er in einem neuen Post erzählt. Er hatte vorher nicht darauf geachtet, dass man bei der Autogrammpost ein, zwei Absender hatte lesen können. Die Datenschutzbeauftragten liefen schon auf, erzählt Hans Siegel. Offenbar bekam er für den geteilten Schnappschuss mächtig Ärger, doch der Schauspieler verteidigt sich. Es war keine Absicht und wie gesagt, es gab mal Zeiten, da lagen in kleinen Häuschen mit Telefonen die Adresse und die Nummer auf. Ich hatte ein Foto gepostet mit vielen Briefen, die ich alle beantworten werde. Insofern chill your music, so der Bergdoktor-Star gewohnt lässig und schlagfertig. Damit hat sich das Thema für ihn wohl erledigt und auch seine Netzgemeinde zeigt in den Kommentaren Verständnis. Kann ja passieren, würde auch keinen dicken Herrmann daraus machen, schreibt ein Follower und erntet dafür viel Zuspruch. Musik